Heute sind wir beim Motorradtreffen, Simson Treffen in Dahlen. Ist es dort hinten irgendwo? Ja, da gehen wir jetzt mal hin. So, also wir laufen mal alles einmal ab hier und gucken mal rum. Ja, alles voll Simson-Moppets hier, ne? Ja, und wie gesagt, gleich wird es interessant. Und in 10 Minuten ist Ausfahrt hier, oder in 5 Minuten geht es los. Deswegen gehen wir jetzt mal langsam vorne an der Ausfahrt hier und gucken mal, wie die alle losfahren. Genau, jetzt geht es nämlich los. Jetzt setzen sich alle auf die Motorräder. Jetzt geht es gleich los. So, ich stelle mich mal hier hin und dann gucken wir mal, wie alle losfahren. Wir fahren jetzt alle mit einmal los. Und jetzt. Jetzt geht es. Das war's. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eine übelste Nebelwolke hier. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020